Ja, hi Leute! Jan und Maxi! Heute machen wir das ultimative Battle. Jeder hat seine Basis. Hier ist Maxi. Ich zeig euch meine Basis. Ich hab hier so aufgebaut und dann geht das hier so lang her. Und hier ist meine Basis. Hier und da hinten ist Maxi. Ich muss noch mal ein bisschen sein Portal verbessern. Mein sieht jetzt nicht so aus. Mein Portal ist noch ein bisschen. Los geht's. Schnell, 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 schnell! Bitt! Bitt! Oh, shit! Ah, scheiße, Holy Koga, oh! Holy Koga!